Hallo! Nachdem ich also habe zeigen können, mithilfe einer Pizza, dass die Kreisfläche gleich dem halben Kreisumfang mal Radius ist, möchte ich das jetzt noch formal vervollständigen und noch zwei kleine Prinzipien der Mathematik zeigen. Wir haben ja elementar vorgehen können mithilfe der Pizza. Das war einer der Anfangspunkte der Mathematik und jetzt kommen noch grundsätzliche Prinzipien dazu. So kann man also schön auch was über den Aufbau lernen und über die Frage, warum ist Mathematik so, wie sie ist. A soll die Kreisfläche sein. Groß A ist die Kreisfläche. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com